Ja, macht viel mehr Spaß. So, du. Man hat doch ganz schön viele davon dabei. Schaffen fast die Anwendung. Schön, sehr schön. Ja, ähm, ja gut, die paar kannst du jetzt auch noch bauen, ha? Da eine Verbindung. Und das Eisen fällt hier. Wie will es da drin? Wenn ich mit einem Zweierdrill will es das nicht sehen können. Setzen wir den da hin, den da hin. 36.000, 51.000. Mit Glück zusammen 100.000. Darf ich jetzt eine extra Station hier einrichten? Nee, komm. Also überspringen wir. So. Hallo, Alien, das gebornatet wird. Ähm, so. Ist nicht hoch genug. Ein höher. Und so. So heißt du weg, du weg, du weg. Du weg. Du weg, du weg. Du weg. Und dann dieses komische Verbindungstück. Dann bitte wieder machen. Genau, dich. Oh, da ist auch noch was falsch. Äh. So, Verbindungsstück. Ist anscheinend noch da. Ja, sehr gut. Das heißt, wir könnten jetzt schon fast durchfahren. Dreh dich mal. Dreh dich mal. Boah, viel mehr Roboter. Viel, viel mehr Roboter. Oh, das ist hier wieder eine Aufladefrage. Nee, ne? Nö. Aufladen ist okay. Boah, schade. Äh. Ding, ding. Mach die hier schon mal weg. Ich tue die irgendwo hier hinten wieder hin. Dann können wir es nämlich wirklich alle schon mal vorbereiten. Mit Haltestelle und allem. Also Stromversorgung wird ein Problem. Wobei ich denn eher von Eisen 3 das Ganze hoch mache, oder? Und dann fahre ich doch einen dezenten Bogen. Äh. Äh. Ich könnte auch Kreisverkehr machen. Dann müsste ich wieder so viel mit Signallampen arbeiten. Und da bin ich mir immer noch nicht sicher. Oh, ne, komm. Nee, das klappt nicht. Also ich werde mich in den nächsten Folgen mit den Signallampen auseinandersetzen müssen. Weil die Strecken werden inzwischen so lang, dass wenn nur eine einzige Bahn das macht. Und auch noch eine einzige Bahn mit nur zwei Waggons. Dass die Ressourcen dafür nicht schnell genug nach Hause kommen. Hm. Also Schritt 1. Ich werde diese Station so einrichten, dass... Drei Waggons hier halten. Das heißt, du kommst dahin. Fahr mit dem Zug da ran. Und dann gucken wir, dass wir hier drei Beladestationen für jeweils drei Waggons machen können. Das ist der eine Schritt. Dann verbinde ich jetzt... Irgendwas schießt da. Dann verbinde ich jetzt als nächstes diese Bahnstrecke hier mit der Bahnstrecke hier. Und baue das da unten so um, dass die Züge sowohl bei dem einen von links andocken können, als auch bei dem anderen. Also hier so eine Abspaltung. Und je nachdem, ob... Sagen wir mal, Home S ist besetzt von einem Zug, der gerade entlädt. Und es kommt von da noch ein Zug an. Dann sagt die Signallampe halt... Halt. Home S kannst du nicht hin. Also geh zu Home N. Das werde ich dann Home N nennen. Und dann hier hinter... Gehen hier Gleise weiter, die dann damit zusammenschmelzen. Das heißt, der Zug kann sich quasi aussuchen, wo er entlädt und belädt und was auch immer. Und danach fällt er dieselbe Strecke weiter. Das heißt, die zwei Züge fahren immer hintereinander her. Ich muss dann halt nur die Signallampen so einstellen, dass es keinen Auffahrunfall quasi gibt. Also vor jeder Station, wo gehalten werden kann, eine Lampe hin. Denn sollte das hinhauen? Ja, ja. Dürfte auch nicht allzu lange dauern. Ich muss mir nur erstmal genau wieder vor Augen führen, wie das mit den Lampen funktioniert. Ich bräuchte jetzt erstmal einen Zug. Das heißt, ich entführe mal den da unten und lasse ihn kurz mal nach hier oben fahren. Und ich sollte auch demnächst in die Basis zurück. Zum einen wegen Giftkapseln auffüllen, zum anderen aber auch wegen den Gleisen. Und gucken, wie es mit Eisen und Kupfer aussieht und 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 und. Und wo laufe ich hier gerade hin? Vollkommen in die falsche Richtung. Oh, oh. Hallo Zug. Da. Du schaffst das, aber du wirst halt nicht abtransportiert. Ärgerlich, ärgerlich. Zug war gerade jetzt unten bei Heimat. Das heißt, ich muss jetzt 15 Sekunden warten, bis er wieder nach oben fährt oder so. Das ist okay. Die Kiste wird da vollkommen ignoriert. Stimmt, ich habe sogar die Beladestation hier automatisiert. Das ist sehr gut. Also wir müssen echt nur gucken, wo der Zug hält und dann bap, 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 bap. Ich darf in drei Stück hin. Dann passt das. Ich bräuchte halt nur alle Ressourcen dafür da und die Bauroboter. Ja, okay. Das ist problematisch. Muss ich mir gleich angucken. Zug? Du solltest eigentlich langsam da sein. Ich sehe aber keine komischen Pfeile, die sagen, dass der Zug da ist. Ah, da sind die komischen Pfeile. So, ich habe sie nicht gesehen, weil er keine Radarstation hat. Ist gut. Du fährst bitte nach Sylias und hältst da. Ich steige schon mal ein. Helfe ein bisschen beim Beladen. Holz war auch so ein Thema. Jemand hat es schon angesprochen, dass ich ja kein Holz abbaue. Also könnte es gut sein, dass irgendwann meine Züge kein Holz mehr haben zum Fahren. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ja, theoretisch schon. Praktisch haben wir so dermaßen viel Holz abgebaut in der Zwischenzeit. Durch meine ganzen Rollungsaktionen, dass das einigermaßen hindern sollte. Und selbst wenn, kann ich das hier immer noch umstellen auf Chaco. oder Fuelblocks oder was auch immer. So, und ich bräuchte noch ein Waggon mehr. So. Aussteigen bitte. Dich rausnehmen. Zug anhalten. Dich abnehmen. Dich ranbappen. Dich so rum wieder ransetzen. Und befüllen. Gut. Was? Du siehst komisch aus. Ja, und das bringt mir nicht, wenn ich die jetzt so hinsetze, weil kein Roboport da ist. Das bringt mir allgemein nichts, dass ich irgendwas hier hinsetze, weil es könnten gleich die weiter ankommen alles zerstören. Das war jetzt nicht besonders durchdacht. Ähm. Ja. Mist. Okay. Lauf nach unten. Zerstör die Basis da. Oh Gott. Ein paar mehr Grün und Lerner. Geh, nehmen den Zug. Lass ihn einfach ganz normal fahren. Du. Go. Wir holen die später wieder hierher. So, dann gehe ich jetzt nach unten, zerstöre die beiden Basen, die im Weg sind und mache schon mal eine Stromverbindung von Eisen 3 hier nach oben, damit ich hier Türme ersetzen kann. Das heißt, ich bräuchte aber auch erst mal Türme. Werde ich mir dann auch zur Hauptbasis nehmen müssen. Ah, kommt schon. Ja, ein bisschen Nahkampf, damit da nicht so viele Schüsse daneben gehen. Nicht zerstört. Sehr schön. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ja. Gut. So, gib mir A in der Fakte. Zack, 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 zack. So. Äh, ja. Die Basis da sieht groß aus. Die müsste theoretisch auch weg. Die da. Ja. Das ist ein Scouter. Ah, schon ein paar Leichen hier. Und du bist fleißig am Arbeiten, aber schaffst nicht genug, um überhaupt das hier auszugleichen. Was ist mit dir? Ja, nö. Schaffen wir es beide nicht hinterher zu kommen. Charde, charde. Lässt sich aber nicht ändern. Das heißt, ich gehe jetzt einfach von hier aus. Mache ich hier schon mal so eine Verbindung. Angedeutet zumindest. Hier hoch. Ja. Und dann struben. Struben, 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 struben. Das ist ein kleiner Wellenangriffs-Ding. Nicht verbunden. Ein bisschen nah, oder? Ja, ist es. Die kommen mir jetzt mal ein bisschen helfen. Wo sind meine Türme? Da sind meine Türme. So. Erstmal Spawnertöten. Dann die ganzen. Ich jetzt zu den normalen Türmen locken. Und dann passen sie schon. Ja. Macht nicht so viel bei den normalen, aber wir wissen was. Die sollten ja theoretisch auch mit Damage-Boost bekommen. Die ganze Forschung. Doch, doch. Ich denke, die machen schon mehr Schaden als Eppe, ne? Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Sehr schön. Bö, 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 bö. So, das war die garstige, böse Basis. Heck. Hier wieder damit. Und eigentlich, wenn ich es richtig übertreiben wollen würde, müsste ich bei jedem von diesem Big Electric Pole zu ein, zwei von den Tupas-Türmen hin klatschen später. Damit auch ja nicht irgendjemand daran rumknabbert. Aber das ist wirklich ein bisschen dekadent. So, wir müssten hier demnächst mal einen Knick machen. Da, da. Ah, es geht auch gut auf. So, hier hätte ich jetzt ganz gerne. Ein weiter nach oben. So. Hier hätte ich jetzt ganz gerne die. Na, komm. So. Das sind die für die Ärmchen. Und hier kommen jetzt die hin für die Drills. So. Bau davon ruhig noch ein paar. Da und da und da. So, Türme. Wir haben keine Tupas-Türme. Kann ich so welche herstellen? Ja, vier Stück. Nicht die Welt, aber am Anfang. Den Zug haben wir jetzt natürlich nicht da. Mauern. Mauern macht Mauern. So. Bringt nur was, wenn von oben oder oben rechts was kommt. Aber das sind auch die Hauptstellen. Die Basis und die Basis. Da mag ich bei Zeiten kaputt. Das wird dann schon irgendwie hinhauen. Robo-Port setze ich erst, sobald das hier ein bisschen sicherer ist. Ich denke, ich gucke jetzt mal Richtung Kupfer 3,5. Wo ich da den Zug entführen kann. Und eventuell schon die Türme so ein bisschen abbauen. Äh. Weiß nicht. Wir könnten das hier beschleunigen. Fünfer Drill. Da hin. Speed. Speed. Ah genau. Ich sollte übrigens auch mal ein paar von den besseren Provider Chests bauen. Damit die sich halt nicht so schnell volllaufen wie hier. Ich sollte das hier beschleunigen.